Und damit sind wir wieder zurück in FIFA 15 wie immer mit Real Madrid und Co. Nein, nicht Real Madrid für Co. Ronaldo und Co. mit Real Madrid. Wir haben unseren ersten Sieg, endlich nach drei Spielen. Der zweite wäre gut, weil wir brauchen 14 Punkte am Ende. Heißt alles geben wie immer, kämpfen und siegen und los geht's. Ich weiß nicht, was alle mit Chelsea momentan haben, aber es geht wieder gegen Chelsea. So langsam spiele ich mich gegen die ein. Hat irgendjemand einen Fehler gefunden und die sind plötzlich so gut oder was? Ich verstehe es nicht. Was haben alle so mit Chelsea momentan? So, erstmal den Gegner ein bisschen ausgucken. Und dann gleich mal den Ball verlieren. Das sind gute Aktionen. Zurück zum Tor und back mit. Na, wer war reingegangen? Ja, wo den Toter? Isto. Groß, mit einem komischen Aufweg und haut den Gegner an die Fresse irgendwie. Okay, das macht PP sehr interessant, aber wenn man es erfolgreich ist, kommen wir wieder aufstehen, Junge. Ganz unten Ronaldo, versuchen wir nochmal mit dem weiten Ball. Geklappt. Komm, Eckball aus, nix. Und dann mal rein, das gute Ding. Das war schlecht. Alter, weißt der sich da den Arsch auf. Gut gespielt, gut gespielt, gut gespielt, gut gespielt. Aber wieder Eckball. Noch einmal bringe ich ihn ganz normal. Na, das steht mir zu gut hin. Komm, Misco. Das hätte was werden können. Ronaldo stand nämlich direkt vor kurzem seiner Fresse. Hat ihm alles blockiert. Wäre theoretisch passives Abseits gewesen, aber... Boah, wie die Jungs. Boah, wie die Jungs. Komm, ein bisschen unter Druck. Fertf. Ja. Dankeschön. Nimm mich. Ich habe es schon eine Stunde vorher gedrückt. Gut gemacht. Ronaldo, wieder mit zurück. Da waren wir es mit oben dabei. Jetzt müssen alle fighten hier. Ich brauche Punkte. Ganz nach oben. Ach, schade. Zu optimistisch. Ganz zurück zum Torhüter. Und der spielt ihn mal raus. Nicht so eigentlich. Damit er gefährlich hinten bin. Ganz nach unten. Schade. Den habe ich. Ganz oben zu Beide. Ganz unten. Schade. Okay, Jungs. Wir sind zurück. Sehr gut. Schön gespielt. Ist abseits, oder? Ja. Ist abseits. Scheiße, dass der den einen da noch hält, ey. Von Ronaldo. Wahnsinn, dass der den da hält noch. Den hätte ich reinmachen müssen. Nein, das ist schade. Nein, hätte ich sowas noch reinmachen müssen. Na, dann lasse ich dich mal da vorne. Kommodal. Gut, Jungs. Gut, 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 gut. Schönspitz. Kommt er da ran? Ne, kommt er leider nicht. Alles wieder in Achtung. Ronaldo. Schlechter Pass. Kommt, Ronaldo. Kommt, kommt, Junge. Oh, schon wieder. Isco. Wiedeckball. 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 Wiedeckball Stormklreter. Paya Quγati. Wiedeckball. 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 In der einensten Fall vorbei. aber sie haben keinen Vers 2004 gew hållet. Aber klar. Mit dran. Oh, der mag es gefährlich. Der mag es eindeutig gefährlich. Oh, ich hätte drauf gehen müssen. Ach komm. Da war doch wirklich gar nichts. Ich denke mal den ganz vorne. Ja, da spielt er hin. Nein, doch nicht. Komm, Kassias. Brauch mal was zu halten. Und jetzt weh. Oh, nicht gut. Komm, müssen wir wieder mit Bale zurück. Habe ich gut gemacht. Der hat zu intervenieren. Komm, das war ein Foul. Kein Schlimmes, aber es war eins. Gut gespielt. Gut gedacht. Und das kommt auch noch an. Komm, Ronaldo, den kriegst du. Komm, komm, komm. Schade. Aber der wäre richtig gut gekommen noch. Jetzt ziehe ich es wieder hinterher. Hat er gut gesehen. Was ein Abwurf. Ja, übel. Jetzt hat er mal der Torhüter auch gescheit was zu tun. Alter Ronaldo, komm mir auf. Gut gespielt. Gut gespielt. Sehr gut gespielt sogar. Komm, 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 komm. Lauf. Ah, nee. Keine Chance. Mann, blöd. Lauf. Ah, da bleib ich dran. Oh, Cassias, oh, Cassias. Der werde mich hier ansonsten live von der Nebenleger. Von der Idee her gut für eine Umsetzung. Sehr, sehr schlecht. Oh Mann. Außersehnliche Taste für PPP gedritten, dass er mitkommt. Irgendwie häng ich da nicht. Ah, shit. Und wieder noch. Kein Tor kassiert. Das ist gut. Leider diesmal auch keins geschossen ist. Ah, der kommt kurz. Da stand ich richtig. Jetzt kann der Konto laufen. Oh Mann. Kann er nicht wahr sein. Ah, die machen nicht wirklich viel. Aber ich komme auch nicht dazu. Oh, Kroos. Nimm doch noch ein bisschen einen Laufweg. Dann bist du vorbei. Du warst sogar schon vorbei. Du läufst eben wieder in den Zweikampf rein. Gut blockiert. Gut blockiert. Gibt es Eckball. Konter Chancen auch. Oder ein Tor. Oh. Und dann kriegst du es beides natürlich. Fürs Äste ist es erstmal nur Pause möglich. Habe ich irgendwas, wo ich einwechseln kann? Na ja, theoretisch werden sie immer um Kedierer. Aber die sind beide jetzt nicht so wirklich tolle. Die will ich eigentlich nicht drin haben. Ich weiß nicht. Etwas angeschlagen. Große, remotische Risiko deutlich lieber. Und dann bleibe ich auch da dabei. Oskar hatte der nicht drin. Ach, du Scheiße. Das kann böse werden. Kommt, P.P. Gut. Und den lang. Ganz unten hinlang. Oh, Bale kann keinen Ball annehmen. Oh Mann. Ah, gut Marcelo. Hätte ich so nicht gewartet. Alter, was geht hier ab? Komm, Isco, lauf, lauf, lauf. Nein, das ist Bale. Komm, lauf. Du bist doch schnell. Du bist schneller. Mach ihn. Scheiße. Das war die Riesenchance gerade. Fuck it. Da war mehr drin. Und trotzdem. Wieder zu Null gespielt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Nach dem letzten Spielen absolut nötig. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Abend. Was auch immer. Wann auch immer. Und wo auch immer. Ihr die Folge schaut. Und ciao. Ich wünsche euch einen Tag. 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 Ich wünsche euch einen Tag.